Hallo Jochen. Hallo Fabian. Da sitzen wir wieder. Wie jedes Jahr gibt es wieder eine Weihnachtsmischung. Alle Jahre wieder sitzen sie. Ich hoffe ihr habt sie schon runtergeladen und fleißig gemischt. Also ich bin da ja sehr Analyzer-gläubig. Also mir ist das eigentlich schon klar, dass wenn hier auf dem Analyzer irgendeine Frequenz halt gar nicht da ist, dass das dann auch auf irgendwelchen Lautsprechern, die möglicherweise ihre Hauptenergie aus diesem Bereich ziehen, dann dieses Instrument sich nicht wirklich durchsetzen würden. Deswegen achte ich darauf, dass die, ich lasse es gerade mal laufen, dass halt eine Bass-Tram auch relativ ausgewogen ist. Also wie man hier sieht, das ist eine... Fällt nach oben so ab, aber es sind erstmal... So, jetzt zum Bass. Würde ich auch sagen. Und da gibt es eine Triggerspur für den Bass und die ist auch essentiell, ohne die klingt der Bass leider gar nicht gut. Ich kann ja mal den Bass laufen lassen ohne diese Triggerspur. Es steht einfach nur so ein Ton da. Es gibt sicher auch Menschen, die auf sowas stehen, aber das matcht natürlich alles weg. Mit dieser Sidechain-Triggerspur klingt das dann folgendermaßen. Es ergibt dann auch plötzlich Sinn. So trifft es dann am Ende das Klischee. Und gerade wenn man das jetzt z.B. dann mit der Bass-Tram sich mal anhört... Auch hier kommt dann der Chor dazu und wenn dann die Gitarre jetzt nicht diese Automation hätte, dann wird das alles verblubbern. Ja, Effekte. Einzig ist es nicht viel. Es ist ein Reverb, der da drauf liegt. Ein Algo-Verb. Ein Reverb-Algo-Verb. Und es ist ein Echo, was drauf liegt. Ein relativ einfaches. Naja, punktierte Achtel, bisschen Distortion. Ja, da habe ich rumprobieren. Die punktierten Achtel haben eigentlich cool gepasst irgendwie. Also kann man ja einfach mal probieren. Es muss ja nicht immer ein Achtel sein oder ein Viertel oder so. Und das punktierte Achtel war für mich absolut naheliegend. Dann plötzlich, ja klar, so muss das Echo da sein. Wir sind so viel mehr als Blut und Stau.